Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Astro Bot. Es geht in den Level Tiefkühlkost. Wir haben wieder drei Puzzleteile, wir haben sieben Bot zu finden. All das mit diesem Video gar kein Problem, wenn ihr das Ganze einfach nebenbei spielen wollt. Es gibt keine Cuts, keine Sprünge irgendwie drin, sondern das ist hier 100% von vorne bis hinten eins durch. Dann könnt ihr einfach parallel dazu das Ganze durchspielen oder aber ihr habt schon genug Dinge, dann guckt ihr einfach unten in die Timeline und springt von Bot zu Bot oder von Puzzle zu Puzzle und sucht euch die Stellen raus, wo es euch eventuell fehlt. Damit sollte, denke ich, jedem geholfen sein und wenn euch das geholfen hat, dann denkt natürlich an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht bereits schon getan habt mit Glock aktiv, verpasst ihr hier natürlich kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Gudi. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.